Servus, Mario aus Thailand, Pattaya. Und zwar melde ich mich jetzt wieder vom Moneyrat vom Visa-Office hier in der Soy Post Office in Süd Pattaya. Und zwar hat es folgenden Grund, mein Freund der Heinrich hat hier mit Hilfe des Offices ein Bankkonto bei der Bangkok Bank eröffnet und gleichzeitig eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr beantragt. Er ist mit einem Non-Immigrant O für drei Monate eingereist. Es war eine ziemlich einfache Geschichte hier und das Ganze hat 18.700 Patt gekostet, davon 800 Patt auf sein Bankkonto. Bei der Bangkok Bank hier in Süd Pattaya hat bereits seine Mitarbeiterin gewartet und hat uns dabei geholfen oder ihm dabei geholfen das Bankkonto zu eröffnen. Anschließend hat er zwei Tage später seinen Reisepass hier bei diesem Office abholen können und hat seine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr. Also dieses Office ist wirklich sehr zu empfehlen beziehungsweise die machen hier wirklich sehr sehr viele Sachen, was auch neben dem Visa hier in Thailand notwendig ist. Zum Beispiel Bankkonto. Okay liebe Leute, das wollte ich euch hier mitteilen und damit vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben, die nicht abonniert haben. Abonniert bitte, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid absolut mega spitze. Tschüss, Servus, Mario aus Thailand, Pattaya. So ein Post Office, Moneyrat, Visa Office. Tschüss. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's?